Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Beim letzten Mal haben wir hier die Leeching Plans aufgesetzt und die laufen auch, ja, wir warten eigentlich nur noch darauf, dass die Crystals hier verarbeitet werden und das wollen wir jetzt heute in dieser Episode mal angehen. Wir haben ja bereits einige von denen hier aufgesetzt, wir haben, ich weiss gar nicht wie viel wir brauchen, wie schnell sind die eigentlich, die machen das, alle zwei Sekunden brauchen die acht. Wir produzieren alle zwei Sekunden zwei mal 24, wir produzieren 48 alle zwei Sekunden, durch 8 sind 6, wir bräuchten eigentlich 6 davon, das heisst die oberste Reihe ist gar nicht mal notwendig. Ich denke, das heisst, wir reißen das, ne, sicher, sicher, wir lassen das mal, wir werden jetzt nicht komplett aufsetzen, aber wir werden einfach mal den Platz reservieren dafür. Und zwar so. Jetzt können wir das wieder abreißen. So, dann brauchen wir Strom. Geht das so? Gehen wir das so hin? Ups, der ist eins falsch. Oh, da stehen wir selbst im Weg. Der ist auch falsch. Sehr schön, dann machen wir auch direkt Licht hin, sonst geht's wieder vergessen, ich kenn mich. Äh, ne, hier nicht. Das muss auf die Seite reinkommen. Oder, hinkommen. Schauen wir einfach mal, ob das reicht. So, dann als nächstes. Als nächstes. Das hier kommt weg. Und das muss so hin. Ne, das ist alles. Das ist alles ziemlicher Quatsch. Weg damit. So, äh, was wollte ich als nächstes erforschen? Äh, ich glaube, Nano Robot Speed. Oh, das ist auch nur grün und rot. Okay. Hätten wir schon viel früher forschen können. War aber wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig. So. Dann machen wir hier den Splitter hin. Sehr schön. Das hier geht hier hoch. Ziehen wir bis nach oben. Super. So, dann. Wir brauchen acht alle zwei Sekunden. Das heißt, wir brauchen einige Insurter hier. Ich denke, wir werden einfach mal direkt vier Stück reinmachen. Keine blauen Insurter mehr. Skandal. Hier. So, 200 Stück. Reicht. Die mittleren kriegen von beiden Seiten. Habe ich jetzt gerade so beschlossen. Super. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit der Schlacke an, weil das haben wir schon mehr oder weniger hier aufgesetzt. Du nimmst bitte Slack. So, Schlacke Marsch. Dann. Hier. Die müssen die Schlacke auch irgendwie rauslegen. Das habe ich jetzt irgendwie nicht angedacht. Nein. Ah, wie machen wir das? OMG. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt tue. Ah, ist das hässlich. Schlacke. Geht runter. Ah, Mensch. Geht das überhaupt vom Platz her? Habe ich da einen Fehler gemacht? Es geht jetzt hier so knapp. Eigentlich müssten die 1 weiter oben sein. Weil hier sind 3 dazwischen und hier sind nur 2 dazwischen. Das ist irgendwie ein kleiner Denkfehler. Wir reißen das wieder ab. Das muss richtig sein. Sonst kommen wir hier nirgendwo hin. So. Die hier weg. Und das hier weg. Wir müssen es nochmal abmessen. So. Hier müssen die sein. So ist es richtig. Und dann haben wir 1, 2, 3 dazwischen. Hier wäre der dritte. So wäre das. Dann wären hier nämlich die. Und hier kommt ein Belt dazwischen. So müsste das richtig sein. Die reißen wir eigentlich ab. Und die brauchen wir hier nicht. Für den Moment zumindest. Den hier brauchen wir auch nicht. Dann. Ich glaube die Powerpulls sind auch falsch. Wobei das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Ich denke die lassen wir jetzt einfach. So. Auf ein neues. Ihr nehmt Schlacke. Dann müssen wir mal gucken. Wir haben ja. Wir haben. 6 Outputs. Beziehungsweise 5 die hoch gehen. Und 4 die halt runter gehen. Spielt es eine Rolle. Wo. Was hingeht. Ich denke wir machen. Oben eher die. Normaleren Erze. Und unten eher die. Exotischeren. Naja mal sehen. Mal sehen. Eins nach dem anderen. Wir brauchen hier. 3. 5. Und das ist der sechste. Sehr schön. Ich glaube ich soll vielleicht auch nochmal direkt ein paar rote Underground Belts holen. Die gehen uns nämlich gleich aus. 79. Das reicht für eine Weile. Und das Player Inventar ist mal wieder voll. Haben wir Kobalt. Was. Hier bitteschön. Nimm du das. Dann schmeißen wir jetzt alles hier rein. Achso. Weil ich die. Weil ich die abgerissen habe. Deswegen haben wir jetzt das ganze Zeug im Inventar. Sonst noch was. Crystals könnt ihr auch haben. Hier. So. Dann müssen wir dasselbe natürlich noch hier machen. 1, 2, 3. 1, 2. Ups. Ganz zu viel. Man könnte auch alles auf einem Bell tun. Und das dann hier oben irgendwie sorten. Aber ich. Bin ein Fan davon. Dass man das von Anfang an sauber macht. Was haben wir hier. Titanium. Wird nicht passieren. Wird auch nicht passieren. Brauchen wir noch nicht. Vehicle Batterie. Keine Ahnung. Modules haben wir noch nicht. Akkus. Können wir theoretisch schon bauen. Werden wir mal forschen. Ich hasse es. Teilweise. Dass es dann immer den zweiten direkt hinpuppt. So. Sehr schön. Dann haben wir hier. Ebenfalls 5. Was wir auch noch brauchen sind. Hier die Insider wieder. Jetzt stimmen die Power Pulse natürlich jetzt nicht. Deswegen. Können wir nur 3 hinbauen. Können wir die abreißen. Und vielleicht. Hier eins. In die Mitte pappen. Das heißt jetzt sind die falsch. Wir schaffen es Leute. Wir schaffen es. Es dauert nur ein bisschen länger. Ja. So. Ich glaube jetzt müsste es richtig sein. Oder? Sieht auf jeden Fall gut aus. Okay. Done. Und dann. Und dann. Mensch. So. Wir machen das jetzt. Wir bauen das jetzt so. Dass wir theoretisch da nochmal 3 reinbauen könnten. Braucht jetzt vielleicht unnötig viele Underground Belts. Aber. Ich glaube damit müssen wir jetzt nicht unbedingt sparsam sein. Sehr gut. Dann. Okay. Akkus haben wir. Manganese. Keine Ahnung wofür wir das brauchen. Was sind das hier? Steam Engines Mark III. Titanium. Ne. Wird nicht passieren. Plastik. Polymethylen. Ach. Das ist irgendwas von Petrocan Plus. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Na gut. Wir researchen es. So. Okay. Wir machen hier Kupfer. Copper Ore. Hier ist es. Dann haben wir hier Eisenerz. Was kommt noch raus? Kobalt. Zinn. Und Uran. Das ist wir machen hier Zinn. Dann machen wir hier Kobalt. Ups. Das ist falsch. Das muss das hier sein. Und wir haben hier Uranium. Das nicht hier ist. Wo ist das Uranerz? Das ist unter normal. Sehr schön. Das liegt jetzt hier drauf. Und wartet eigentlich nur noch darauf von uns. Hier auf den Orbars geführt zu werden. Ich hoffe 16 Lanes reichen aus. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen vielleicht mal kurz durchzählen. Ich zähle es mal kurz durch. Wir haben eins. Chrome. Echt? Also wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Plus Uranerz 16. Ich weiß es nicht. Oh Leute, das wird sowas von knapp werden. Ich glaube, habe ich das mitgezählt? Nicht einmal zu wenig Platz. Ah, das wird ein Disaster werden. Ich sage es euch. Das wird irgendwann, ist der ganze Orbars hier voll. Und dann muss ich irgendwie das deichseln, dass es dann trotzdem geht. Oh Mann. Und ein anderes Problem ist noch, ist, naja, wir haben hier die Kohle, die auch hier drauf gerade ist. Was machen wir mit der Kohle? Die Kohle muss irgendwie anders durchgeführt werden. Das hier gehört zum Orbars, oder? Vier, ja. Ja, ja, ja. Ja, die Kohle. Können wir die Kohle vielleicht, nehmen wir das hier mal weg. Vielleicht geht das so. Wir gucken mal, wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir das hin. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Erst probieren und dann verzweifeln. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren, Leute. Dann haben wir die Kohle schon mal weg vom Orbars. Das wäre natürlich wichtig. Ich glaube, wir kriegen, ach Mist, falsch abgerissen. Ich glaube, wir kriegen die hier oben durch. Wundervoll. Das gefällt mir schon viel besser. Jetzt haben wir hier nämlich wirklich Platz für den Orbars, der die vollen 16 Lanes ausschöpfen kann. Ja, das hier wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis das dann auch tatsächlich weg ist. So, dann müssen wir jetzt hier das zusammenführen, irgendwie. Ich weiß noch, dass das auch in der letzten Staffel ziemlich ein Dauerzeilakt war. Oder wir haben hier 4, 8. Theoretisch würde auch ein gelber Welt reichen, ne? Denk ich. Und... Wir brauchen einen Singlesplitter. Damit das schön auf beiden Seiten kommt. In Ordnung, dann haben wir Kupfer. Und das Eis ist nebendran. Stopp. Hört auf, hier die ganze Zeit Kupfer rauszulegen. Hört auf, hier die ganze Zeit Kupfer rauszulegen. Hier mit dem Quatsch. Hört auf, hier mit dem Quatsch. Du hörst auf, hier mit dem Quatsch. So, hier bitteschön. Wir machen hier Eisen Das hier müssen wir lehräumen Ups War nicht genügend So jetzt Ja auf solche kleinen Dingen Sollte man achten Weil ja ansonsten kann man das ganze nochmal machen Dann bist du Kupfer Oh ich hab ich das Eis nicht weggeräumt Sehr schön So Weg damit Da mach mich ins Blitter hin Wobei Eigentlich muss das Eisen ja nach rechts gehen Ach das ist doch ein Mist Das Eisen Wahrscheinlich auch Wahrscheinlich auch Die anderen Dinge Die müsste eigentlich alles nach rechts gehen Splittern wir das so Und das andere Wir müssen das hier irgendwie zusammenführen Keine Ahnung ob das so geht Ich bin gerade ein bisschen ratlos Wie wir das am besten Wie wir das am besten Deichseln Dass wir das hier zusammenführen können Und dass das hier dann Quasi da rein geht Wir reißen das hier wieder ab Und machen das einfach so Fürs Eisen Fürs Eisen Ich hoffe Das klappt irgendwie Super super hässlich Aber ich Wir brauchen das Eisen natürlich hier in den Schmelzen Ansonsten bringt es uns gar nichts So dann das Kupfer Was machen wir mit dem Kupfer Es wird so nicht funktionieren Haben wir acht breit Nein So Ich habe keine Ahnung was ich hier mache Ehrlich gesagt Ich Ich Probiere aus Ich weiß nicht genau Wir haben hier zu wenig Platz Um das vernünftig zusammenzuführen Wir könnten das jetzt wirklich halt sagen Hey Die sechs sind genügend Dann haben wir hier Wahrscheinlich genügend Platz Um das Um das alles zusammenzuführen Weil ansonsten wird es ziemlich Ziemlich hässlich werden Dann Was wir auf jeden Fall tun müssen Ist das hier Ups Wir müssen das Kupfer erstmal wieder zum Laufen kriegen So Und was machen wir mit den anderen Die anderen Ist jetzt halt die Frage Wir müssen uns überlegen wo wir schmelzen wollen Weil Hier haben wir nicht mehr wirklich viel Platz Ab Dass hier die Strasse ist Das Limit auf der linken Seite wird nicht mehr geschmelzt Das heißt hier haben wir eigentlich nicht mehr wirklich viel Platz Das heißt im Prinzip muss das Ganze nach rechts gehen Außer das Uranium Das Uranium Das Uranium werden wir auf die unterste Auf die unterste Leben bringen Das Uranium muss ja nicht geschmolzen werden Nehme ich zumindest an Aber wir haben das hier glaube ich erforscht Wie kriegen wir Uranium Ore Genau das ist das hier wahrscheinlich Das braucht ja wirklich nur Uranium Ore Das heißt das Wird dann irgendwo bei der AKW Anlage Die wir wahrscheinlich irgendwo hier machen Da wird das dann stattfinden Das heißt Das hier muss auf jeden Fall So Das muss so 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 das Uranium Uranium Ore geht da hin Das Kobalt Ore müssen wir auf splitten Also Kobalt brauchen wir einmal auf der linken Seite Weil wir brauchen es für Die Catalysts Und wir brauchen das auf der rechten Seite Weil auf der rechten Seite wird es dann Geschmolzen Das ist zumindest der Plan Machen wir Wo machen wir Kobalt Ich würde sagen Das hier ist dann Tungsten Tungsten Titanium Das heißt wir würden Kobalt Hier machen So Nach rechts Wird dann Geschmolzen Und nach links wird Verbraucht für Ach Wisst ihr was Leute Das ist alles Quatsch Das ist alles Absoluter Quatsch Wir machen das anders Wir machen das anders Wir brauchen irgendwie eine Kiste Um mal hier den ganzen Mist reinzunehmen Wir reißen das alles wieder ab Das ist viel zu kompliziert Das ist alles viel zu kompliziert Wir haben ja Wir machen das jetzt wirklich Wir vereinfachen das jetzt ganz ganz stark So wir brauchen ein paar davon Waren aus So den platzieren wir nochmal hier Die machen wir wieder hin So wir machen das folgendermaßen 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 5 7 9 9 10 10 10 11 10 11 12 15 20 16 16 16 17 17 19 hier brauchen wir nicht wird es alles erst mal hier eingepackt hallo hey, gib mir den, ja, so wobei, ne, Moment mal, das geht gar nicht das ist, ah, es funktioniert nicht so wie es soll das kommt ja hier vollkommen auf den Bass rein ah, das ist ärgerlich ok, wir vergessen einfach die dritte die dritte Reihe da wir machen das, wir machen das jetzt hier unten hin wir hätten das wahrscheinlich schon von Anfang an so machen sollen das heißt auch die Filterinserter, die wir jetzt da haben, die bräuchten wir eigentlich nicht weil, wie gesagt, wir werden alles ups ne, die Bricks nicht wir werden alles jetzt mal hier reinpappen naja, wir machen das so und wir machen das so Stackinserter das hier ist ein bisschen hässlich so, jetzt haben wir das alles in diesem Warenhaus und jetzt können wir das hier ordentlich herausfiltern ich denke, das ist viel, 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 viel einfacher ähm, ja weil ansonsten machen wir uns da einen Wolf und ja, das wollen wir natürlich nicht so dann brauchen wir Loader und zwar fünf Stück eins, zwei, drei, vier, fünf du nimmst du nimmst Eisen 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 kommt hierhin das, äh, ja das wird es hier natürlich ein bisschen stocken aber ich denke, das macht nichts so, du machst Kupfer äh, wir müssen auch mal kurz gucken der Orbus bleibt natürlich so, das ist die unterste Schiene vom Orbus das heißt, das hier kommt das hier kann weg so sieht es doch schon viel, viel besser aus dann haben wir noch äh, Tin dann haben wir Kobalt und wir haben Uranium ja, und äh ich denke, wir wir belassen es erstmal dabei mit dieser Episode beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter und ja schauen mal ob wir das irgendwie gedeichselt kriegen würde mich freuen wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid bis dann macht's gut euer Northgate